Habt ihr schon von der neuen Konkurrenz zu Twitter gehört? Meta, das Unternehmen hinter Facebook, plant offensichtlich eine Alternative zu Twitter. Das ist jetzt herausgekommen. Der Entwicklungschef Chris Cox hat auf einer internen Veranstaltung diesen Screenshot gezeigt und auch einige andere. Das sieht schon verdammt aus nach Twitter, oder? Ist aber nicht Twitter, sondern ein Projekt namens Project 92. Das ist der offizielle Codename. Gerade wie das Ganze am Ende heißen wird, wissen wir noch nicht. Aber man sieht schon, es sieht ziemlich ähnlich aus wie Twitter. Ein soziales Netzwerk, das Meta anscheinend einen Start bringen wird. Dann könnt ihr nicht nur Instagram, WhatsApp und Facebook benutzen, sondern möglicherweise in Zukunft auch noch dieses soziale Netzwerk. Es ist ein Zeitpunkt, wo viele Menschen an Twitter verzweifeln. Von daher könnte ich mir sogar vorstellen, dass diese Alternative von Facebook alias Meta sogar Erfolgschancen hätte. Wie denkt ihr darüber? Lasst mir gerne einen Kommentar da und einen Like. Also sind noch dazu eben, wo wir ja gehen, äh. Das ist die nächste 일단.